Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Kaiserslautern. Die Immobilie wurde 1998 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über 5 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 355.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Direkt wird es